Guten Tag, dieser Beitrag wird dir präsentiert von der Hannoverischen Kaffee Manufaktur für Freunde und Genießer. Aktuell arbeiten wir an einem neuen Titel für den lieben René Nussant. Die Spuren habe ich schon ins Projekt gezogen und habe das ein paar Mal durchgehört, um mich inspirieren zu lassen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, es fehlt ein Shaker. Beim letzten Treffen mit Andreas Berndt von der Hannoverischen Kaffee Manufaktur war auch Christian Bendig dabei, von der Marketingagentur Da Capo, der im Übrigen auch selber Musiker ist. Wir saßen also da und genossen unseren Kaffee. Und ganz zum Schluss warf mir Andreas über den Tresen dieses Paket zu. Und ich machte, was man so als Musiker nun mal mit Dingen macht. Und jetzt schließt sich wieder der Kreis mit dem Titel, den wir hier gerade bearbeiten. Das hier klingt nämlich wie ein richtig cooler alter Shaker. Also nehme ich es auch genauso auf. Das hören wir uns jetzt mal einzeln an. Was Schönes, Eigenständiges, Organisches im wahrsten Sinne des Wortes, also so kann auch Kaffee klingen. Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch gefallen. Abonniert mich, macht mich reich und berühmt. Und zu guter Letzt, seid bitte lieb zueinander. Es ist nämlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Ciao. , ciao. Untertitelung des ZDF, 2020